Moin, ich bin Melli von NUSCHU und heute sind wir hier in Wandsbek in Hamburg bei Otto. Und uns interessiert, wer arbeitet hier, warum arbeiten sie hier und welche Vakanzen gibt es zu besetzen? Hör mit! Wir suchen sowohl Entwickler als eben aber auch Produktmanager und UX-Designer, die uns jetzt unterstützen, weil wir bewusst jetzt diese native Strategie ausbauen wollen. Was ist aus deiner Sicht für diese Position wichtig? Dass man natürlich ein bisschen Vorerfahrung in der Hinsicht mitbringt, also dass man sich mit den gängigen Tools auskennt. Und bei der Produktmanagement-Position? Wie beim UX-Designer, jemanden, der sich eben für dieses Thema begeistern kann und der hier eben auch nochmal so ein bisschen Strategie im Blick hat, eine Vision für die App im Blick hat und auf der anderen Seite natürlich ganz eng mit dem Team zusammenarbeitet. Bewerbt euch, lasst uns gemeinsam mehr bei Prikat in die Wirtschaft bringen. Karamba, ich bin raus. Tschüss! Ich bin raus. Tschüss!